Praxis Bülobogen ist der Titel einer deutschen Fernsehserie, die von 1987 bis 1996 von der ARD produziert und im Vorabendprogramm des ersten deutschen Fernsehens ausgestrahlt wurde. Im Mittelpunkt der Serie stand der Arzt Dr. Peter Brockmann, dargestellt von Günter Pfitzmann. Neben den vielen Alltagsproblemen seiner Patienten hat sich Brockmann mit seiner schwierigen Familie auseinanderzusetzen und nebenher seine Beziehungsprobleme, insbesondere zu seiner Arzthelferin Gabi Köhler zu meistern, die von Anita Kupsch verkörpert wurde. Nach 107 Folgen wurde die Serie eingestellt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Teilt mir bitte mit, für welche Serien ihr euch noch Videos wünscht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. 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 Amen.